Hey Leute, herzlich willkommen zum neunten Teil der Xbox aktuell Dezember-Gewinnspiele. Heute mit einem kleinen Mech-Special in der Losbox. Wir haben einmal MechWarrior 5 in der Jump Ship Edition und einmal Overwatch 2 Super Mech League. Wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr wie immer im Erklärvideo. Ich verlinke euch das nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten habt ihr jetzt 24 Stunden Zeit teilzunehmen, das heißt bis morgen Mittwoch um 10 Uhr. Die Gewinner werden wie immer im Rahmen der Xbox News der Woche bekannt gegeben. Diese Woche ausnahmsweise nicht am Samstag, sondern schon einen Tag vorher am Freitag am Heiligen Mittag ab 12 Uhr. Ich wünsche euch viel Glück, bis dahin, ciao, ciao.